so versuchen wir das ganze noch einmal hallo freunde ist kein youtube sports grüße euch ja ich rastle meine willkommensanrede jetzt zum dritten mal runter weil sich die scheiß kamera an meinem usb hub ver fucking wieder immer wieder aufhängt ich weiß nicht warum kein plan habt ihr der lösung dafür dann schreibt es mir doch mal drei falls ihr diese folge mit meiner gesichts fratze gesehen haben solltet aber charmante blackie ist natürlich auch wieder dabei und ein neuer ankömmling einen ganz neuen das ist der mauli nein sicher das ist auf jeden fall der doktor ja entschuldigung habe ich versprochen man hat ja war das so ich habe eine taschenlampe mit also ich könnte euch retten wenn euch nehmen ja das war ich dort ist die totems zerstören oder ah nein wo hat er eine lange reichweite geht der mir auf die eier das jetzt schon ich kann nicht richtig abgehen ich komme einfach nicht über dieses dass er fickt die hände ich habe keinen bock mehr ich bleib stehen oder mich fertig machen und am anderen ende ich habe platz zu schreien blöde affe ich hasse diesen rotz ja jetzt hänge ich auch noch fest ja jetzt hat mich beinahe geschlagen lauf doch gerade du affe du alter pinselficker jedes mal wenn ich angehittet werde läuft der seitwärts der mann ist meine fresse jetzt geht es wieder gerade aus ich könnte ich könnte krachen in den weihnachtsbaum springen hör doch auf zu schreien opa jedes mal diese jau jetzt aber leggo mio hier ist auch noch der scheiß keller ey man bin ich hohl ich höre ich laufe genau in die da ist einer gerade in den keller gelaufen ja alter das ist ja nicht porno ralle ey ja verfolge mich trotzdem noch nein hinterm bau rum ich bist du schlampe ey ich stehe direkt vor mir macht sein elektroscheiß was er hat ja jemanden gesehen was weiß ja er läuft jetzt vorne beim haus rum ja jetzt ja blacky trap an hör auf dich zu verstecken weil er auf die andere person ja die hat den generator gemacht da kann man jetzt glaube ich nicht äh also ich möchte hier runter sind ich mache gar nix ich komme ich will nicht Mutti ich will nicht Mutti Alter du gehst mir so auf die Nüsse Mann lauf doch nicht immer hinter mir her Mensch wär ich doch nicht jedes Mal wer ist denn da mir her Arschloch danke Mauli jetzt komm Entschuldigung Ach das war mein Fehler jetzt sorry das war gut so musst du es weitermachen ja das ist direkt zweimal hintereinander aber ich mache mir jetzt einen Abgang weil sie jetzt hängt ja ruhig aufhören will kommt zu euch Richtung ja 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 so ich komme ich bin unterwegs ach scheiße jetzt komme ich ja nicht mal rum ey nicht weglaufen ach verdammt nochmal Virus du Vollfappen ja ja nicht voll was ja ich bin also du musst jetzt gleich mal dein Mikro äh nachbogen ja 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 Ganz ruhig, konzentrieren, ganz ruhig, perfekte Mundo, hast du super gemacht. Ach! Ach! Ich höre hier jetzt einen Generator, aber ich finde das Scheißding nicht. Ach, hier! Hier! Ach! Wie sieht's aus? Ich versuche die runter zu holen. Was machst du? Ich hole sie runter. Wir laufen aus. Ah! Keine Sie! Wir sind am Ausgang. Ja, ja, ja. Der kürzeste von euch. Es kommt genau in die Richtung müsst ihr laufen. Davon lau' in die Richtung, dann an der Auswand entlang. Wir laufen. Wenn er was siehst, sag Bescheid. Ich komme! Ich komme! Gut! Sehr schön! Sehr, sehr geil! Mit der Taschenlampe. Ich weiß, die muss ja ziemlich stark sein, dass das doch funktioniert hat, ey! So ein Mauli tut mal sein Mikro mal ein bisschen gucken jetzt. Ja, damit man dich besser hört. Der hatte nur ein zweifaches Perk. Deine Erscheinung fällt auf über natürlich Streck ins Auge. Dein Terroratis ist um 16 Prozent. Oh Mann! Jetzt? Dann, oder? Alter Verwalter, ey! Was? Was? Hatte Daily. Hatte Daily. Ich muss nicht sagen, wenn's besser wird. Ja, bis jetzt noch nicht. Lade ich mal wieder ein. Letztes Mal hat's besser funktioniert als das Mikro. So. Also. Ich weiß nicht, was für ein Computer du hast oder was für eine Technik, aber irgendwie passt das gerade nicht zusammen da. Ja. So. So Maultasche, jetzt muss ich nur noch annehmen. Auch schon. So. 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 . So. 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 mauli menschen diese scheiß fliegen versteht man mich jetzt schon besser oder nein ja es raus schon wieder da alter hast du diese männer so lange aber die schnauze vorher erst kriegt man sie gar nicht und dann kriegst du sie genau mag ich auch nicht die sorg bin ich finde die neue bis auf schloss die ist die kann sehr zu deinem nachteil sein richtig funktioniert ja man hier war doch mal ein generator weiß ich ich komme das kann auch wieso bin ich jetzt runter gekommen da bin mit meiner taschenlappe ach so okay und die blöde sorgte scheiße wisse denn seh ich nicht hat er dich schon wieder gekriegt ja blöde so ich habe die nie verstanden tue mir leid jetzt schon den nächsten wir müssen gleich mal die runde holen da kommt zu euch naja ist jetzt hinter mir sie muss ja auch noch hinter mir herlaufen da ist natürlich mir hinterher ne ja ich glaube ich bin in der nähe der hauptstraße alter lecky hauptstraße kommen polizeiwagen ja ich liege ich erst mal schnell heilen vor heilen holt mich na was ist jetzt dieser verdammte gollum ne nur ein paar zentimeter hau ab ja äh lauf häng mich hin mann du verdammter alter hurenbeutel ey achten wir kommen doch in richtung blecky liegt immer noch auf der straße Ja, ja, ich habe noch ein bisschen Luft. Ja, ich, aber, äh, ich möchte mich gerne selbst befreien, aber dann wird es ziemlich eng für die anderen zwei. Ja. Ja, ich schaue, dass ich mal Becky hole. Du solltest jetzt gucken, dass du jetzt ganz schnell hier rüberkommst, ey. Ja. Spätestens zu mir, mindestens. Aber du bist viel zu weit weggelaufen. Ja, der Kieler war hinter mir. Nö, der hat dir die andere schon gejagt, wie du ja siehst. Ja. Ja, hilft, Becky, die ist nicht mehr viel. Genau, super. Ja, die andere fallen lassen, Achtung. Kommt wahrscheinlich wieder zu mir. Ich muss kämpfen. Ja, schau, dass du noch durchgehst. So ein, äh, was ist mit dem kaputt, Mann? Ja, das ist gut, jetzt kommst du genau richtig. Es ist mit dem kaputt, Alter. Der hat sich nicht mal geheilt, hier, die dumme Nuss. Kommt zu euch. Ich muss kämpfen. Hol sie runter. Ja, ist doch hier. Ja, danke. Er folgt, er folgt jetzt die andere. Ich komme jetzt von euch in die Richtung. Wo seid ihr? Hauptstraße? Ja, Hauptstraße. Aber wo? Ganz am Ende von Hauptstraße. Ich lauf gerade mitten auf Hauptstraße, wenn ihr mich seht. Ja, wir sind jetzt ein bisschen auf der Seite. Ja, rechts von dir. Thank you. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Ruhig. Konzentrieren. Er leckt mich doch am Arsch, ey. Verdammter Kümmel, ey. Wenn er mich holt, dann bin ich dran. Ja, ich gehe hier rüber und versuche, den runterzuholen, aber nicht in die Richtung laufen. Mann, ey. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich bin auf der Straße. Wäre es egal, wenn müsste auf der Hauptstraße, bitte. Ja, ich komme. Ich habe immer einen Herzschlag hier. Ich hole... Ach, du bist tot, scheiße. Ey. Ich habe dich zwar gesehen. Oh, der ist hinter mir, scheiße. Oh, ab, ey, echt. Mann. Mauli, wo bist du? Ach, bist tot? Ist gut, ja. Kack doch die Burst an. Wenn er euch heilt, dann kann er euch sehen, der Krankenschwesterhof. In der Nähe von dem solltet ihr euch nicht zahlen. Ich bin Keller. Ich bin, glaube ich, jetzt eh tot. Ja, ich bin tot. Vorsicht, bissig ist irgendwo ganz am Rand auf der Welt, in der Nähe von einem Tor. Wer? Der andere, was noch lebt. Ich gehe jetzt in einen Hausrand. Da, wo der Keller ist, ist der, glaube ich. Ja, so. Da, wo der Keller ist, oder? reckonGUIN? Ja, aber genau. Das war's. Oh, der? Ich manage. Ja. Ich bin demais. whatsoever hatte ich mir. Wer von Pech verfolgt wird, ist wieder mal der Virus. Ja, Alter! Der läuft so scheiße und ich laufe auch noch da. Oh Mann, bin ich doof, ey. Das kann ich mir erzählen, Alter. Ich bin der letzte Dummschlumpf, Alter. Ich komme hier nicht mal weg, ey. Ja, hier, diese scheiße Mauern, diese scheiß Wände, Alter. Du kommst ja auch nicht weg, ey. Das ist so eine scheiße Map, ey. Die neue Map, da kannst du wenigstens mal durch Fenster klettern, Türen springen und, 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 ey. Da ist hier echt scheiße, ey. Hast du auf... Äh. Warum hat er mich jetzt heilen lassen? Ich glaube, der will den anderen herlocken. Ja, jetzt bist du dran. Ja, Mann. Ist sie doch... Ach, Mann. Ja, 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 Mann. Oh mein Geil, was jetzt? Kann sie wahrscheinlich denken, dass ich hier mit einem Generator sitze War eine kurze Runde, genau wie die davor Ich wehre mich jetzt nicht, ja ich bin zu doof, bring mich hin, komm Ich hätte es sowieso nicht geschafft mit Regeln, dafür war der Haken viel zu nahe dran Aber gecampt hat er nicht, oder? War nicht zumindest... War zumindest... War zumindest nicht... War zumindest nicht danach aus Äh... Diese Punkte... Yeah... Ja, so ist das So... Verlassen, jo Ja Freunde, wenn euch diese nette lustige Runde gefallen hat Also wie gesagt, ihr kann jeder mitspielen bei Dead by Daylight Jeder der Lust und Laune hat Also TeamSpeak-Adresse findet ihr auf meinem Kanal unter Kanal Info Ich würd sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Das war's, euer Virus, euer Mauli und die liebe Hähnchen Blacky Genau Also bis zum nächsten Mal Leute, danke und ciao mit V Ciao